Hallo zusammen, zur folgenden Aufgabe. Was ist größer von diesen beiden Zahlen hier? Klicke kurz Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht, dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Das hier sollten wir kennen, das ist eine Potenz. 2 hoch 4 ist nichts anderes als 2 mal 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16. Was ist das hier? Das ist eine sogenannte Tetration. Das schreibe ich auch anders als 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2. Das ist ein Potenzturm und den löse ich von oben nach unten. Also zuerst das hier rechnen und nicht das hier zuerst. Also 2 hoch 2 ergibt 4. Dann 2 hoch 4, das hatte ich hier schon, ergibt 16. Und 2 hoch 16 ist 65.536. Und das ist natürlich wesentlich größer als die linke Zahl. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich teile niemals durch null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020